Eine gerichtliche Auseinandersetzung zwischen Oliver Pocher und Boris Becker geht in eine neue Runde. In erster Instanz hatte der Ex-Tennis-Spieler verloren. Becker legte Berufung ein. Anlass ist ein TV-Beitrag aus dem Jahr 2020, der Streit schwelt schon viel länger. Aus den beiden werden keine Freunde mehr, Oliver Pocher und Boris Becker verbindet seit Jahren eine tiefe Abneugung. Mit immer neuen Sticheleien pflegt vor allem Pocher die Feindschaft zwischen ihm und der Tennislegende. Ein Scherz, den sich Pocher im Oktober 2020 erlaubte, beschäftigt noch immer die Gerichte. Was ist passiert? In seiner RTL-Show Pocher, gefährlich ehrlich, machte sich der Comedian über Beckers Insolvenzverfahren lustig und startete unter dem Motto Make Boris rich again eine spendende Aktion. Bekriegen ihn mit seiner Eitelkeit, sagte Pocher in der Sendung. Tatsächlich kamen rund 500 Euro zusammen. Doch Becker wollte das Geld nicht haben. Pocher überlegte sich eine List. Er rief einen Modepreis ins Leben, der Becker im Namen einer österreichischen Zeitschrift verliehen werden sollte. Das Problem, sowohl die Zeitschrift als auch der Preis waren ein Fake. Doch Becker fiel darauf herein und nahm den feschen Brand-Evort stolz entgegen. Auf Facebook veröffentlichte er sogar eine Dankesrede. Was der 55-Jährigen nicht wusste, im Sockel der Plastiktrophäe befand sich das gesammelte Geld. Nach der Aktion sah Boris Becker seine Persönlichkeitsrechte verletzt und verklagte Oliver Pocher. 2022 scheiterte er in erster Instanz vor dem Landgericht Offenburg. Die Veröffentlichung sei möglich, da es sich um Bildnisse der Zeitgeschichte handelte, urteilte das Gericht. Becker wollte, dass der Beitrag nicht mehr gesendet und im Internet gelöscht wird. Aus Sicht des Gerichts überwiegen die Belange der Meinungs- und Rundfunkfreiheit gegenüber der Privatsphäre des Klägers. Gegen das Urteil legte Boris Becker Berufung ein. Ex-Tennister Boris Becker wirft Oliver Pocher vor, ihn in einem TV-Beitrag herabgewürdigt zu haben. Nach einer ersten Schlappe vor Gericht versucht die Sportlegende nun, in zweiter Instanz Recht zu bekommen. Im Rechtsstreit zwischen dem früheren Tennister Boris Becker und dem TV-Komiker Oliver Pocher startet am Montag, 14.00 Uhr, in Freiburg eine neue Runde. In der Außenstelle des Oberlandesgerichts Karlsruhe soll es in einer Berufungsverhandlung erneut um Persönlichkeitsrechte gehen, die Becker als verletzt ansieht. Rechtssache, 14.00 Uhr 62022 Becker, 55, war vor einem Jahr in erster Instanz mit einer Zivilklage gegen Pocher, 45, gescheitert. Der Ex-Tennis-Profi werde durch einen Fernsehbeitrag aus der RTL-Sendung Pocher, gefährlich ehrlich vom Oktober 2020 nicht in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt, urteilte das Offenburger-Landgericht damals. Becker verlangte laut seinem Anwalt, dass der Beitrag nicht mehr gesendet und im Internet gelöscht wird. Der einstige Wimbledon-Sieger hatte das Offenburger-Urteil an gefochten Punkt Anwalt von Boris Becker, wichtig, diesen Rechtsstreit weiterzuführen. Die beiden Prominenten müssen laut Oberlandesgericht für die Berufungsverhandlung nicht persönlich erscheinen. Weder die Anwältin Pochers noch der Anwalt Beckers signalisierten, dass ihre Mandanten kommen wollen. Es ist bei dem Termin dem Gericht zufolge nicht mit einer abschließenden Entscheidung zu rechnen. Pochers Anwältin Patrizia Kronemeyer teilte auf Anfrage mit, die erste Instanz habe eine Güterabwägung vorgenommen und der Satirefreiheit den Vorrang eingeräumt. Es gibt schlichtweg keinen ehrverletzenden Inhalt, sondern einen satirisch amüsanten TV-Beitrag, der sich aus aktuellem Anlass mit einem der bekanntesten Deutschen beschäftigt, erklärte die Anwältin. Wir sind daher zuversichtlich, dass das Oberlandesgericht das erstinstanzliche Urteil im Sinne unseres Mandanten Oliver Pocher bestätigen wird. Punkt Beckers Offenburger Anwalt Samuel Hammert sagte auf Anfrage, er sei weiter der Auffassung, dass sich Prominente in Deutschland nicht alles gefallen lassen müssten. Deshalb ist es wichtig, diesen Rechtsstreit weiterzuführen, teilte er mit.